Herzlich willkommen hier wieder zu Minecraft Together, diesmal wieder mit neuem Mikro. Das heißt, ich bin jetzt wieder laut und gut hörbar. Ich geh mal hier raus und... Da! Fuck, Spinne! Ach, ich wollte sie gerade kennen. Meine XP. So, ich mach mal die Tür jetzt. Immer noch mal meine. So, boah, Black Ops gezockt und jetzt Minecraft-Steuerung ist so übertrieben crazy. Aber ich würde sagen, du baust heute mal was Vernünftiges und nicht die ganze Zeit an dem Baum da oben. Äh, an dem... Ah! Skelett, Skelett, Skelett! Du, du hast einen Pfeil im Arm stecken. Bleib mal stehen. Geil. Stimmt, hab ich. Ja. Ich seh's auch. So. Und man sieht schon, dass Minecraft ein bisschen was mit der 1,4er an den Schatten auch getan hat, oder? Komm, wir da... Boah. Ein runder Punkt auf dem Boden. Was? Von der Person. Ne, wenn du jetzt mal... Moment. Ne, von der Person nicht, aber von den Bäumen und alles. Der Schatten ist deutlich optimierter als früher, finde ich. Welcher Schatten? Ja, der Schatten von den Bäumen. Welcher Schatten? Bin ich doof? Keine Ahnung. Egal. Ich geh jetzt mal in mein Haus nochmal reingucken. Hast du irgendwelche Mods? Nein. Ich krieg ja noch nicht mal Optifine installiert auf der 1,4,2. Weil Optifine einfach der Bescheiße ist. Also ich weiß jetzt nicht, was du mit... Du meinst Schatten so richtig dunkle Stellen auf dem Boden, ne? Wie so ein Schatten. Ja. Nö. Kannst dir gerne die Aufnahme angucken. Da musst du irgendeinen Mod drauf haben, auch wenn du's nicht weißt. Ha. Komisch. Ich hab die aber eigentlich neu drauf getan. Naja. Hier liegen übrigens Pfeile rum. Wir müssen noch mal irgendwas Neues bauen, finde ich. Ich wollte das Ding hier erweitern. Welches? Hier, das Farm-Ding. Das Farm-Ding? Du hast gesehen, ich hab hier schon mal offline so ganz bisschen Gras weggemacht. So heimlich. Ja, es war eigentlich. Weil ich will das hier so ein bisschen erweitern. Ja, ich wollte nicht so, dass ich hier das Ganze abbaue. Weil hier hab ich jetzt schon eine Folge abbauen, den Zuschauern erspart. Und den Resten mach ich jetzt aber eine Aufnahme. Aber ich hab jetzt das super Nachricht. Ich muss erst mal essen gehen. Ne? Perfektes Timing, ne? Ja, ich hol mir jetzt... Ich tu mein Cobblestone jetzt erst mal weg hier. Wie? Essen gehen. Ja, einmal Armbrot. Achso, im Real Life? Ja, im Real Life. Das heißt, wir mal eine Aufnahmeunterbrechung jetzt. Du kannst weiterspielen schon ein bisschen. Ich hocke mich hier ins Haus, hier bin ich sicher. Aber du, äh, du wirst ja wohl jetzt nicht weiter aufnehmen. Nein, ich nehm mich weiter auf. Ich bin jetzt weg. Und wenn ich wiederkomme, mach ich werde aufnehmen. Du kannst schon weiterspielen. So, denn bis gleich, Leute. Ich brauche mich. So, das sind wir wieder. Bei mir gab es lecker Pfannkuchen. Pfannkuchen am Abend? Ja, natürlich. Ich hab heut Mittag Pfannkuchen gegessen. Was für eine Ironie. Ja, du hörst, hier sind ein paar Monsti. Monsti, ja. Und ein Creeper. Oh, Creeper. Das machst du wieder sauber. Den hab ich nicht gesehen. Das machst du sauber. Ja, ist ja gut. Ähm, ich hab, mit was hast du den Pfannkuchen gegessen? Mit Marmelade und Zimt und Zucker. Mit Marmelade, okay. Nee, ich musste heute in der Schul-Mensa essen. Und da gab es das Ganze dann mit Vanillesoße. Oh, das ist das Geilste. Aber wir hatten heute keine da. Also, mein Liebling... Ah, noch einer! Das machst du sauer. Das machst du sauer. Ah! Glück gehabt, alter Schwede. Ich hab nicht das Schwert mehr gehabt. Wir haben mit Vanillesoße... Ja, Apfelpfannkuchen mit Vanillesoße mal. Ah, das ist auch episch. Ach, da hinten ist ein Skelett-Moment. Ich hab irgendwie heute Mittag... Lieber einen irgendein geiles Ding gehabt, wie ähm... Was gibt's da zum Beispiel so ein Frikadello oder so ein Mettbrötchen oder so? Ey, du, du hast einen Pfeil in deiner Schulter. Schon wieder, alter? Wieso stecken? Fangen wir jedes Mal die Aufnahme damit an, dass ich einen Pfeil in der Schulter habe. Wie lange, warum ist eigentlich ein Schaf, äh, ein Schweinfrei? Okay. Egal, da sind noch zwei Schweine drin. Drei... Habe ich jetzt gekillt, einfach, weil ich's kann. Einfach, weil ich's kann, weil ich's kann, weiße. So, dann beschäftige ich mich jetzt mal hier mit dem Terraforming. Ich muss hier auch irgendwas noch machen. Wir machen jetzt hier den Sehne, ich mach den Sehne ein bisschen schöner, ja. Okay. Sieht so ein bisschen unschön aus. Das soll aber jetzt kein Terraforming sein, ja? Leute, nicht hier angreifen mit kein Terraforming und so weiter. Das ist kein Terraforming. Also, ich wollte jetzt tausend mal tausend Blöcke begradigen. Oh, cool. Das war ein Scherz. Ich mach's aber auch dann nur du, du, ja. Aber, äh, Problem ist, dein Haus steht ein Weg, das muss irgendwie wieder weg. Und unser altes Haus, ne? Das ist auch ein Weg. Ne, da baue ich drumherum. Das ist kein Problem. Ja? Ja, da mach ich einfach so drumherum einmal. Du stehst halt mittendrin, das ist nicht so schlimm. Okay, ja, gut. Spielst du ein, genau, was ich dich mal fragen wollte, spielst du eigentlich LOL? Nein. Ich find das Spiel nicht so den Brüller. Ich find's ganz lustig. Ich hab grad ein Wortspiel versucht irgendwie mit LOL noch auf die Reihe zu bekommen. Ja, das passiert mir auch immer dann. Also sowas, sowas klappt dann auch. Meinst du, das sieht besser aus, ja, oder? Was sieht besser aus? So, den Seh so zu haben. Wie wär's einfach, wenn wir diesen See auffüllen? Also du, jetzt lässt das so, machst das Wasser eine Etage komplett höher und machst hier so einen kleinen Bachlauf, der da mit einer Senke hier, mit einer Senke da reinfließt. Meine Güte, hab ich gute Ideen. Ich muss Ingenieur werden. Bitte nicht. Keiner will von mir nach. Alter, ich mach Terraforming, hab ne fast kaputte Spitzhack und ne fast kaputte Schaufel nur dabei. Das war's. Nein! Hab ich fast selber. So, hab ich dann... Ne, natürlich hab ich keine Sticks dabei. Als ob das klappen würde hier mit dem Wasser. Da musst du dann, wenn du eine Zwischendecke einbauen einmal. Und die danach wieder abreißen. Also, ein Tief, ne Erddecke machen und die dann danach wieder wegreißen. Ähm, keine Ahnung, was du meinst, egal. Kann ich dir gleich zeigen, Moment. Ich pack das schon. Okay. Und wenn nicht, dann musst du das halt nachher begradigen. Ist ja nicht meine Map. Ne, um es so zu sagen. So, auf geht's wieder zum Terraforming. Ei, 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 ei. Jetzt hast du den Leuten das Abbauen erspart, aber das Terraforming hast du ihm natürlich gelassen. Das ist natürlich immer gut. Ist das nicht irgendwie das Gleiche? Ja. So, natürlich ist Abbauen auch Terraforming, das ist ganz klar. Ich bin mal gespannt. Kann man sich nur unendliche Wasserquelle irgendwie bauen, das wäre mir irgendwie lieber. Ja, zweimal zwei Felder, eins tief und da in zwei gegenüberliegende Ecken. Ecken. Jeweils ein Wassermann. Ein Wassermann. Ja, Wassermann. Ich bin übrigens von Sternzeichen Wassermann. Cool. Interessiert mich voll. Ja, mich auch. Mich interessiert das nicht. Also, bei mir funktioniert es nicht, wollte ich sagen. Nein, kennst du nicht das Lied? Ich bin geboren als Wassermann, was fang ich mit den Frauen an? Dann kommen dann so alle Sternzeichen so durch. So, nehm ich mir eine vage Frau. Ich weiß es nicht. Kennst du das? Nein. Ich zeig dir jetzt auch mal, was ich mir zwischendecke meine. Du füllst das hier so aus. Guck mal. So. Und dann kannst du hier mal überall Wasser hinmachen, weil einer geht ja. Kannst du ja auch denn hier in der Mitte Wasser hinmachen. Auf den Blöcken. Und die reichst du danach einfach wieder raus. Johan, das denn? Mach du mal. Ich hab keinen Bock, das hier zu verstehen. Einfach hier. Moment. Nein. Es sieht auf jeden Fall cooler aus damit, so wie wir es gerade bauen. Da fehlen nur hier noch ein bisschen was. Ja, verbaut. Ab. Tada. Und jetzt kannst du diese Zwischendecke wieder rausreißen, oder? Wir lassen das Ganze ein tief. Lassen wir es eins tief. Okay, dann lassen wir es eins tief. Okay, und jetzt geht es rund und wir bauen einen Fluss hier hin. Abbauend macht so viel Spaß. Ja? Cool. Freue mich wirklich. Boah, ich möchte mir jetzt das John Smith's Texture Pack eigentlich reintun. Und das ist cool. Ich zog immer noch mit dem Default. Ich weiß nicht, warum ich finde das irgendwie immer noch. Ich weiß. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. Traum mit Kronkhir. Meinst du, dass die Lizenzen für den Kohle-Song da? Nö. Wird mich auch ganz ehrlich ein bisschen wundern. Ja, geht, ne? Hast du schon gehört, dass der Frame soll ja angeblich bald Partner wären durch das Airplane? RPM-Netzwerk da. Keine Ahnung. Abwarten würde ich sagen. Ich finde das eigentlich ziemlich unnötig. Was? Ja, jetzt so durch sowas Partner zu werden. Ich finde sowieso ein Unnützpartner eigentlich zu sein. Du kannst ja die meisten Funktionen jetzt auch so. Ja. Mir ging's. Das ist das Einzige, was ich gebraucht habe. Die Sunp-Netz. Die Sunp-Netz. Sunp-Netz und geplante Aufnahmen sind sehr praktisch. Die geplante ist natürlich die genialste Erfindung, seit es Menschen gibt, ne? So ungefähr. Ich würde es jetzt ja übertreiben. Und ja, ist ganz klar, freue ich mich drüber. Und ich, also wenn YouTube irgendwann sagt, hey, du kannst Partner werden, ja klar, kein Problem. Aber jetzt irgendwie. Aber ich muss mich da nicht drum schlagen, nö. Nö. Ich bewerte mich da auch nicht bei YouTube. Ich habe das einmal gemacht aus Just for Fun. Da hatte ich irgendwie zwölf Abonnenten. Komischerweise wurde ich nicht genommen. Oh nein, wie ist das gekommen? Weiß ich nicht. Reicht nicht zwölf Abonnenten für Partnerschaft? Doch. Also bei mir schon. Ich war direkt Partner, ne? Achso, na denn? Partner von mir selber. Warte, ich muss mal irgendwas trinken. Ich hole mal was zu trinken, ja? Ja, mach das. Sonst habe ich so einen trockenen Mund hier wieder. Wow, jetzt bin ich auf mein Mikrofon getreten. Ja, super. Na egal. Rumpel, rumpel. Wow. Komm, bau dich hoch. So, da bin ich wieder. Ach ja, Leute. Und ich habe jetzt ja auch einen neuen PC. Ach ja, du hast einen neuen PC, genau. Der ist super. Das schöne Ding, so alles. Alles, was willst du? Cool. Der kann jetzt endlich, kann ich Minecraft in 20 FPS aufnehmen. Ne, das läuft jetzt eigentlich ganz flüssig bei mir. Ich habe gerade in der... Mit 100 habe ich gerade. Ich habe in der Aufnahme jetzt gerade 80. Alter, das ist auch gut. Ja, wenn ich ohne Zock habe ich irgendwas mit 120. Was hast du für einen Prozessor? Momenti. Äh, Moment, ich gehe jetzt mal in irgendein Haus, weil es wird gerade Nacht. Ey, du musst jetzt nicht nachgucken, das ist ja langweilig für die Zuschauer. Nein, die Liste liegt hier gleich neben mir auf dem Boden. So. Es wird Nacht, scheiße, ich muss disconnect. Warum? Weil ich das John Smith Textureback alles wählen will. Achso. Ne, ich lege mich schon mal ins Bett. Dann kann ich mal auf meine Liste gucken. Wo habe ich denn dem Papier flatschen? Oder liegt der da? Ey, AXIT-Kabel zu kurz. Fuck. So, mein Prozessor ist ein AMD AM2 Phantom 2 X4 960 T-Box. Wie viel Kerne? Äh, 4. Und wie viel Gigabyte jeweils? Äh, wie viel Gigaherts jeweils? Äh, das ist überhaupt mein Prozessor, ja, das ist ja. 3,2. Oh, ja, das ist ja weniger als ich sogar. Reicht mir vollkommen, ich gucke gerade so. Was hast du für eine Grafikkarte? Ähm, eine AMD. Ja, ich auch. Eine 7700 oder 7700 oder so hieß die, glaube ich. Ja, ich habe die 6870. Das war damals, oh, vier Tage, wo ich meinen PC gekauft habe. Das ist ja mittlerweile schon fast ein Jahr her. Da war das die neueste oder eine der neuesten. Oder jedenfalls eine der sehr guten.